Ekel Eklat bei Get the Fuck Out In der Dusche lag Kot, Ekel Eklat bei Get the Fuck Out? Geht es noch ekliger? Die neue ProSieben-Show Get the Fuck Out of Mühuse hat es in sich, 100 Leute auf lediglich 116 Quadratmeter und nur zwei Toiletten. Kein Wunder, dass der Hygienzustand im Extremhaus enorm leidet. Doch die Not macht erfinderisch, ein Kandidat des TV-Experiments verrichtet sein Geschäft in der Dusche. Blöd nur, dass Mitbewohner das erst zu spät bemerkt, ja, es gab wohl Leute, die haben in die Dusche gekackt. Das war ziemlich eklig und ich bin, glaube ich, sogar irgendwo hineingetreten, gibt der ehemalige Teilnehmer angewidert im Promiflass-Interview zu. Ekel Eklat Ekel Eklat Eklat ch